hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen let's play vom landwirtschaft simulatoren 19 ja in der vorletzten folge hatten wir ja das schweinefutter produzieren und in dieser folge möchte ich mit euch hier gemeinsam das mischfutter für die wunderschönen kühe produzieren mal gucken was sind kriegen da unter der plane ist ja dieses schweinefutter beziehungsweise was jetzt zu schweinefutter gegoren wird so wir fahren mal hier wieder zurück zur scheune so mal gucken was jetzt hier stimmt und wir wollen so dann schauen wir super so das sieht schon mal ganz ganz gut aus und aus Stroh wird jetzt quasi gleich, wenn wir das abkippen mit Silage, decken wir es wieder ab. Da sieht man es, dann geht es wieder zurück, da sieht man ja was aus dem Stroh Silage gewonnen und dann geht es wieder zurück. Jetzt bret er dann wieder zurück. Ich denke mal, Ölfuhren werden reichen, müssen wir es wieder verdichten. Das kann man ja immer nach und nach herstellen. Das Futter. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, das amerikanische Hofpack, das gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Das war's für heute. Was mir nicht gefällt, ist Farmhaus. Muss ich eben noch ein anderes nehmen. Das war's für heute. So. Dann lassen wir ihn mehr fahren. Wir steigen mal kurz um. Das war's für heute. Wir machen das noch ein bisschen breit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das geht nicht. Schade. Hmm. Gleich ein bisschen verdichten. Ich brauche was daher nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Beziehungsweise haben wir nachher einfach an. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Oh, ich habe es allein geschafft. Ich brauche es nicht mehr. Hoppli hoppli. So, aber wir werden mal kurz nochmal gucken. Dann gehen wir hin zu unserer Mähdrescher. Mähdrescher. Ich brauche es nicht mehr. 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 Das Verladen. Nein, 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 Gott sei Dank, ich habe keine Wuchtzerstörung. Nein, 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 Gott sei Dank. Sieht irgendwie lustig aus. Sieht irgendwie lustig aus. Mal sauber machen. Kurilu. 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 Mal diesen roten Dreckchen abkriegen. So. Vor. Mal. Ähm... Ich glaube, ich muss mal gucken, was der Abfahrer da macht. Irgendwie dauert mir das zu lange, hm? Ah, er wird beladen, nicht grad. Okay. Dann müssen wir demnächst wieder Stroh produzieren. Das hilft nichts. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Der Motorsound ist einfach genial! Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! 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 Das ist ein anderes Ding! Das ist gut. Den brauchen wir ja so wenigsten. Den können wir nachher wieder verkaufen. Den können wir nachher wiederholen. Den können wir nachher wiederholen. Den können wir nachher wiederholen. Das hat noch Platz. In der Halle. Die 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 Halle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah. Haben wir eigentlich schon Schafe? Mal gucken. Schweine, Kühe, Pferde. Schweine. Oh, da sieht man es. Die sind gut im Futter, die Jungs. So. Das war's für heute. Das ist ja wunderprächtig. Oh, wir müssen verdichten. Springen wir mal hier raus. Das ist ja wunderbar. 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 Wir haben noch Stroh da, ach ne, wie tausend Liter und Heu haben wir noch über zwei Millionen Liter, das sieht doch wie free, eh, Zeck 200, noch was Liter, 200.000.